servus und hallo ganz viele leute und der knurk ist auch dabei ganz viele clickbait all seine freunde und ich clickbait wieder das ganze samt knurk schreiben oder so knurk forever hatte ich hab grad spaß sieht man das bei euch nicht du klickst 10.000 auf auf ready ja okay sieht man doch okay los geht's wenn ihr wenn ihr nicht bereit macht weiß ich nicht ob ihr dabei seid so okay die schaffe ich nicht werdet ihr gewiss hat das muss tatsächlich in einem schaffen ja wird man resettet ein okay keine ahnung ich schau ich teste okay ich habe zwei schläge gebraucht das ist schämt ja warte andere fehlt noch der hat gewartet bis alle weg sind andere time to shine nein nein man wird resettet na ja oh weil ich habe es nicht ja ja aber das finde ich wenn es gut wenn sie möglich ist aber wenn man dann muss das finden aber egal das machen wir schon ja ja ich verstehe ja spielt ihr mal mach mal weg hier aber im kurz geblasen ja holen vor alle weg passt ja nein jetzt fliege ich fliege ja nur das ist ja schon eine verarsche im namen da steht hole in ball und muss trotzdem mehrere schläge ausüben aber du hast vier mal das erlebnis muss ja so sehen ein mal nicht hole in one schafft beim ersten mal gleich mal 16 schläge nein nein bitte 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 ja nein hole in two hole in two hole in hole oh könnte aber noch nähe wird da die bretter aufgestört ich kann man so den cheat engine eingeben ja hatte hatte hat das ist das auf der tasse gott noch haben wir schon mal gespielt knurk nein doch er gibt 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 man da lange macht er zu viel nein 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 ah ah ich verstehe so was hast du ja doch ja da musst du sehr 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 viel gefühl sonst bleibst du oben liegen schade ich meine ah gott sei dank ist jetzt bisher ich gut laufen und jetzt aber leon rock die sache der hat hat schon gespielt ich habe mir wirklich mal gespielt ach so ach komm haben wir ihn doch nicht ha 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 oder ja einfach mal an das loch genommen wie alt ist hinter der kanone spielt und in das loch da unten rein mit zwei schlägen nicht schlecht aber der leon spielt doch oft maps alleine und sagt dann die hätten wir schon gespielt das ist im guten bereich möglichst dass das das ist also wer golf wird alleine spielen die weiß ja nicht sind also menschen die gehen allein ins kino oder köln-fan du musst geradeaus da wo der pfeil hin zeigt zwischen den drachen oder wo die kanone in loch 16 ja das ist ja ja du klingst wie so ein village aber minecraft ich will smaragde ein weil 180 weizen für ein smaragd gebietet wer hat noch nicht ich habe eingeloggt du musst die zielscheibe nicht treffen einfach ganz leicht da über die kante spielen ja geht auch ja stimmt aber es also ich fand es einfacher da oben rum ich habe kein feingefühl direkt ins loch ist nicht so einfach gut ich habe ja drei schläge ich habe kein ich habe kein feingefühl kein feingefühl da 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 ist der pizzer da unten oder ist das Lava pizzer oh wir haben jetzt da oh nein mist geht das wenn du ganz leicht schlägst kannst du da reinkommen ich bin drin ich bin unter dem Trichter drunter ja ich wollte es auch hatte Glück gehabt dass da dran vorbei ist und dann rein bin ich zu doof dafür sollt ihr mir antworten bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht ich bin unter dem Trichter drunter ja ich bin unter dem Trichter drunter mehr schläge mehr schläge mhm finde ich auch groß mehr schläge oh bitte ah komm danke 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 eine scheiße hier uhuhuhu blöd sein aber ich kann ihm ich kann leons adresse dir sagen dann kannst du ihm ein paar schläge verteilen guck dir das mal an ey das lustige war Köln-Fan knall ne haut mich da in das Loch rein und dann schlägt jemand an als Köln-Fan da rein für mich hat auch irgendwer gerade reingekauft ich glaube André war das mein Gott das bleibt jetzt 10 Millimeter vorm Loch liegen ey aber André wärste 2 Sekunden länger liegen geblieben ne dann hätte Leon dich reingehauen hat er aber nicht genauso wie jetzt wieder ich bleib mal vorm Loch liegen hm da ist nur 1 fester schlagen eigentlich so fest wie Phil aber doch drin ist er ok die sind gar nicht mal so schlecht die Maps finde die tatsächlich gut ne ich finde die ganz ok ja für Hole in One Maps sind die echt weil manche sind da bisher echt am verzweifeln ne ja bis jetzt ist null nach machbar ok was ich hier immer komisch finde ist wenn diese Wand hoch und runter geht ja aber das sieht bei den anderen also wenn du bei anderen zuschaust sieht das voll wild aus ja gern geschehen Phil was ja gern geschehen ich hätte so das so gepackt na jetzt nicht you can do it du scheiße noch ein Loch rein ach ey jemini ey jetzt im Ernst ja hab ich mach sofort die Schildbox aus was ich sag ja bei Knorx dass der Turck dass der Q ist der Cheat Mode ja dieser Querzgoat ach komm jetzt ist so gut und dann so ein eine scheiße da ich nimm alles zurück was ich gerade gesagt hab du kannst auch hinten auf den Bausch tragen du kannst auch hinten auf den Bausch tragen ich möchte nur wählen Leon hat auch einen Schlag nur gebraucht Leon hat ja auch schon voll allein geübt hat ja wahrscheinlich selber programmiert ja ihr habt doch irgendwo Abkürzung gefunden ja kann sein ja obwohl ne bin raus ey die Figuren sind geil sind die aus sind die aus sind die aus ja ja du willst jetzt nur dass wir kein schlechtes Gewissen bekommen ja ist so äh nein da hat Leon mal zwei Schläge gebraucht wenn Knorx verliert ist alles gut sind wir doof hinter dem Startpunkt da war doch diese Rampe die wir am Anfang hatten ja wo du in der Mitte treffen musstest ja da hätten wir einfach zurückschlagen müssen da rein das wäre ja zu einfach ja kann jeder es sind Golfit Pros das ist gar nicht so einfach jetzt boah muss so ungefähr ein fünf achtels Schlag machen ich hab einen acht achtels Schlag gemacht ja das hab ich gesehen das war zu hart der war ein vierachtel fast einfach volle Brieze drauf naja doch nicht ach das war das war andere hat seine Muckis nicht unter Kontrolle sieht man ja ja Leon du brauchst zehn Schläge Minimum ja elf wäre besser das stimmt Knorx du auch ja nö ich nicht ich hab bei der anderen Map schon versagt ja das hat Leon schon wieder einen Schlag nur gebraucht ne ich hab ihn reingeschopst so ja hast du nicht vorhin benutzen damit der dir gesagt hat er kommt sich auf die Punkte an nein das war ja nicht das war ja nicht das war ja nicht du hast dir verhört haben ah na dann okay ich hasse diese Kurve ne die gibt's öfters mal vorgefertigtes Modul das ist zum Kotzen ja also die ist wirklich echt grauenhaft da jedes Mal schlag ich da drüber ja weil die einen Knick im Knick hat aber bei manchen Mapersteller wenn die die bauen dann kann man unten vor der Kurve nur auf die andere Seite schlagen ja stimmt das ist dann halt nicht hole und one möglich äh nein wieder zu fest was ist denn mit mir los nein wieder drüber bin heute zu hart unterwegs gib's auf wird nix mehr mit Platz eins Motivation ist weg nein schaffst du noch Koppel nutzt der Name ja 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 kein Schuss mehr hättest du die eine Bahn nicht mit 14 gehabt ja naja ist ja egal kommt ja mal auf den Spass drauf an also haben wir Spass hier genau genau oh ja 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 bitte 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 aber man muss ganz genau grade schlagen danke wie auch immer es war und 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 ok Phil Du brauchst vier Schläge, Phil. Du brauchst vier Schläge, Phil. Du brauchst vier Schläge, Phil. Nee, vier Schläge. Viel mehr. Ja, vier Schläge. Vier Schläge, Phil. Vier Schläge. Mehr, 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 mehr. Ich brauch vier Schläge. Und pass auf, jetzt ist die letzte Bahn so typisch. Thank you for playing. Und dann rollst du da einfach nur rum. Vier Schläge. Phil, ach, äh, Leon. Leon, vier Schläge. Ich werde nur die ganze Zeit gefragt haben. Phil, du musst, pass auf, ganz gerade schlagen. Ich schlag gerade. Nein, du schlägst krumm. Orientier dich doch mal in den Kästchen in der Mitte. Den Pfeil genau da drauf. Genau in der Mitte. Hul ich doch. Nein, du bist schräg. Ich weiß, dass ich schräg bin, aber was hat das jetzt damit zu tun? Guck, da bist du wieder schräg gewesen. Mehr Schläge. Ihr braucht alle mehr Schläge. Der Knork braucht auch nur 10. Hm. Das muss das sein. Der holt es bald aus. Der holt es bald aus. Und dann läuft er seitlich weg. Nee, der haut krumm. Na, jetzt könnte es was werden. Jetzt könnte es was werden. Oh, 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 oh. Oh, ey. Sag ja, ich habe in der Golfwerk Weltmeisterschaft den 380. Platz. Aber bei mir auf der Tölle aktualisiert er die Schläge nicht. Der hat seit Ewigkeiten 35 Schläge. Naja. Ja. Der Dingens da, der Namen. Ja. Leon? Hat auch nur 35 Schläge. Ja, aber die hat das bei mir schon vom Anfang. die hab, aber kacke. Ich bin zu doof. Glückwunsch an Leon, von Leon. Ich bin einfach zu doof. Okay. Verstehe. Ja. Nee, ich meine, ich verstehe hier. Oh. Leon, ein Glück stinkt. Ja, Glückwunsch an euch zwei. Ja, Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. Leon Gönnis, Benutzername Gönnis. Glückwunsch an Leon, Knork und Benutzername. Besonders der zweitplatzierte. Der hat echt alles gegeben, finde ich. Ich rede jetzt einfach über Phil. Ich mute mal ganz kurz Phil. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.